Was ist das, wenn derjenige, der am meisten vom Sparen redet, die größten Schulden macht? Public-private-Partnership ist, wenn die Abgeordneten dem Preis und den Bedingungen zustimmen, ohne den Vertrag gesehen zu haben. Public-private-Partnership ist, wenn eine Schule im Betrieb zwei Jahre lang auf eine Feuerleiter warten muss. Public-private-Partnership ist, wenn die Risiken der Privaten die öffentliche Hand trägt. Public-private-Partnership, das ist, wenn unsere Daseinsvorsorge zum Finanzprodukt wird. Public-private-Partnership